Ich darf Sie als Präsidentin der Deutsch-Französischen Hochschule in diesem 25er Jahr, das wir dieses Jahr feiern, ganz, ganz herzlich begrüßen in der Kongresshalle hier in Saarbrücken. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass das, was heute Abend auf der Tanzfläche passiert, im Sinne eines deutsch-französischen Einklangs passiert. Am besten auch recht schwungvoll. Ich bin so froh, heute Abend mit Ihnen allen zu sein. Das ist eine große, große Ehre für mich heute als Vertreter, in dieser wunderschönen Zeremonie. Ich bin so froh, heute Abend mit Ihnen allen zu sein.